Er wird gefolgt vom Stier Briggi. Stier Briggi ist der rote Stier, den der Manfred Strobl vorführt. Er hat den Muttervater Hundbert, der wurde aus dem Betrieb Luschnig-Norwerth gezüchtet, aus Obdach. Als nächstes im Ring bewegt sich G.S. Briggi. G.S. Briggi, ein Watt aus Humbert, ein Stier, der in der Leistungsfähigkeit, in der Euterlänge, in der Strichplatzierung und Strichstellung seine Vorzüge hat. Ein Stier, der aber auch in der Bettenbreite herausragend ist. Ein Stier, der im Fundament gute Einzelwerte aufzuweisen hat. Und ein Stier, der eine sehr, sehr gute Körperdiebe hat. Wie bei der Humbert sind wir uns sicher, dass wir auch mit ihm in der Doppelnutzung nicht in die falsche Richtung gehen. Danke für die Präsentation von G.S. Briggi. G.S. Briggi.